Ich bin schon wieder zu hart gesprungen. Schwell! Nein! Warum schiebst du mich weg, du Arschloch? Lass zusammenarbeiten! Lass zusammenarbeiten! Nein! Nein! Genau! Nein! 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 Ey, warum nicht? Das kann doch nicht, euer Ernst! Los, Mavila! Nein, Nico, nein! Ja! Ich mach grad den ersten Abschluss jetzt. Nein, ne Panzer! Nein! Den Vollgas, Profi! Wuhu! Mr. Gamesmiley! Ich scheiße in deinen Hals, Alter! Wie? Nein! 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 Bist du schon durch? Ja, mach Platz für mich! Bruder! Nein! 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 Gott! Nein! 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 Noooooooooooo! Ohhhh! Nein, nein nein! Toxik, gib doch einfach Gas, du Lappen! NOOOOOOON! IT'S RAIL! Aber jetzt, meine Freunde, geht es los! Nein, was hast du dir angemacht, Alter? Face to Face! Waves! Wir fangen an mit den Impala. Ich hab sowas vor gar nicht so langer Zeit mal bei Deko gesehen. Das ist einfach nur ne Strecke, gerade, und man wechselt immer wieder das Auto. Ich fand das super interessant, deswegen dachte ich mir, zocken wir es einfach mal! Zusammen mit der Community! Deko, du hast hier auf jeden Fall einen Zwilling. MrGamerSmiley sieht genauso aus wie du, genauso wie der Typ, der sieht auch aus wie Deko in real life. Okay, da hat sich schon mal ein Diss versteckt. Und jetzt geht es ab. Starten manche Leute auch schon auf der einen Seite, oder heißt es jetzt einfach tryharden ab nach vorne? Warum starte ich überhaupt hier? Müssen wir aber arbeiten. Ab geht's! Durch die Mitte! Durch die Mitte! Durch die Mitte, zur Titte, zum Sack! Flak, flak! Alter! Okay, das ist ja schon unmöglich, ey. Ich bin durch! Eine Strecke habe ich schon mal. Oh, alle Leute wegkicken! Los, 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 los! Ab durch die Mitte, zur Titte! Ich wechsle mal kurz die Strecke. No! Ich bin schon wieder zu hart gesprungen! Schwell! Ey! Ganz ehrlich, was ist los mit euch? Lärm fahren! Nein! Ey Junge, bei den Sprüngen bist du einfach immer richtig los, ey. Ich bin einfach nur komplett in der Mitte gewesen. Oh, weg! Ey! Was ist los mit denen? Ich weiß einfach mal links, das ist mir echt zu blöd. Hauptsache, du hast die Map angemacht und das ist einfach genau das Prinzip dieser Map. Aber es gibt drei Wege, ja? Die rammt immer in mich rein. Oh ja, oh ja, nein! Ey, lass zusammenarbeiten! LASS ZUSAMMARBEITEN! Auf keinen Fall! Zerstört die Muchachos! Rasiert ihn! Weg! Bist du schon durch? Schlenkt ihn! Zerstört ihn! Zertretet ihn! Jack, fahr rüber! Ich geb dir die Chance! Du bist so ein Lappen! Du bist so ein dreckiger Lappen! Oh! Nein, Fire! Weg mit dir! Hey, lass zusammenarbeiten, Bruder! Weg! Nein! Oh! Oh nein! Oh nein! Ja, fahr! Einfach über mich drüber! Kein Ding, Digga! Fahr! Nein, ich bin zurück! Einfach mit dich! Einfach mit dich durch! Ja! Das war Karma, Digga! Das war richtig Karma! Oh! 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 Ich lebe doch! Nein! Nein! Ja! Ich hab immer noch nicht den ersten Punkt, alter! Du hast nicht mehr den ersten Punkt! Ey! Und ich hab grad an der letzten, an der letzten Stelle war ich, bevor ich da war und dann kommt mir ein Sand King entgegen und zerstört mich. Ey, kann mich doch hier einfach hoch so lappen! Ja! Los! Los! Ich kann stoppen! Uh! Ich kann stoppen! Ich kann stoppen! Ich seh nix! Noch einer auf meinem Gesicht! Ja! 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 Ganz ehrlich! Anstatt eine Einheit zu bilden! Das hier gemeinsam zu schaffen! Blackjack! Richtiger Ehrenmann, alter! Wir hatten gar keinen Platz gemacht zum Durchfahren! Ey! Leute! Leute! Okay! Jetzt halt der andere Weg, ne? Ja! Da kommen wir einfach nicht durch! Guck mal, was hier los ist! Hier sieht's aber eigentlich recht free aus! Ja! Einfach mal langsam fahren hier! Nein! Warum schiebst du mich weg, du Arschloch! Jetzt, jetzt, jetzt! Schnell durch! Schnell durch! Komm, 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 komm! Ja! Die Mitte ist free! Fahr, Bruder! Ey! Du Lappen, ey! Du warst die ganze Zeit friedlich, ne? Die ganze Zeit war ich friedlich! Na! Nein! Oh! Ey! Oh! Ich hoffe, ich geb dir nicht so viele, so viele Hin- und Herfahrten wie in dem anderen Map von, 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 von Trail, die ich gezockt habe. Da muss doch bestimmt 20 Mal im Wehr fahren oder so. Echt? Hahaha! Geil! Kommen alle hintereinander weg! Seid gechillt! Seid einfach gechillt! Ja, dran vorbei! Hier warten wir jetzt ein bisschen! Hier warten wir jetzt ein bisschen! Nein! Oh! Trail ist wieder zu gierig, hat er verdient! Fall doch einfach! Lass Trader verkacken! Lass Trader einfach verkacken! Er hat's nicht verdient, er hat's einfach nicht verdient! Hey, mit dir! Ja! Ausweichen! Ausweichen! Oh! Warum nicht?! Ich hab so was von... Ich fand hier nicht mehr so einen Kuss gehalten! Warum?! Oh, wieder von vorne! Oh, das sieht gut aus! Oh, ja! Oh! Guck mal! So gut kann das gehen! Nein! Warum?! Warum, Curtis?! Ja, so ist gut! Ja! Fahr doch nach vorne! Roulaten! Ey, er soll einfach fahren! Warum wechselt er die Seite? Ja, das ist ein Panzer! Ja! Okay, das war zu schnell! Nein! Nein! Oh, ja! Komm, 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 komm! Das ist eiskalt noch nicht! Oh! Der Punkt! Nein! Was passiert hier?! Oh, fuck! Da kommt ein Panzer! Oh, ja! Ey, Kevin! 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 Kevin, du Lappen! Nein! Ja, ja, ja! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Lass mich einfach drüber! Bitte, bitte! Lass mich! Oh! Ja! Ich kann schaffen! Nein, 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 nein! Oh! Ich hab was! Komm, bitte! Oh, ich bin! Oh, ich bin durch! Noch! Bist du direkt vor mir? Nein! Nein, Panzer! Nein, Panzer! Nein! Lass mich bitte! Bitte, bitte, bitte! Hey, bevor ich den Punkt einsammeln konnte, hab ich den Panzer ans Wasser geschoben! Genau vorm Punkt! Ich war komplett durch! Echt?! Oh! Oh nein! Ja, da sind noch so scheiße, da sind zwei Satellitenschüsseln, in der Mitte ist ein Wasserteich! Ja, aber du musstest noch viel, viel weiter! Da ist nicht direkt der Punkt! Das kann ich schon mal sagen! Oh, nice! Wenn ich dich sehe, lass dich durch, weil ich einfach ehrenhaft bin! Ehrenbotter! Jetzt bin ich im Panzer, jetzt komm ich hier hoffentlich easy durch! Oh! Ja, als Panzer hat man echt, glaube ich, so eine Jackpotkarte gezogen! Ja! Ich fahr jetzt einfach durch die Mitte! Ihr müsst mir ausweichen! Ich hab gesagt, ihr müsst mir ausweichen! Ich hab gesagt, ihr müsst mir ausweichen! Wenn es sich tut, seid ihr selber schuld! Oh! 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 Oh no! Oh no! Oh no! Wir haben's gleich! Nein! Ey! Hauptsache da... Ja! Du musst ausweichen! Du musst ausweichen! Weich aus! Er rappt mich absichtlich! Er rappt mich absichtlich der Mitte in das... Ey Junge! Ihr müsst weg! Ihr müsst weg! Boxic Assaulty! So ein schlechter Mensch, Alter! Ey! So ein schlechter Mensch! Ein Rappenauto kommt heiß gelb von unten und schiebt mich weg, ne? Alter! Meine Karte ist so demoliert! Schaff ich's auch noch zum Punkt rüber? Das ist ganz langsam! Oh nein! Da kommt ein Panzer entgegen! Wo bist du? Bist du denn gerade vor mir? Ich bin grad auf dem letzten Stück zum Verwandter! Ich fahr rüber! Ich fahr rüber! Für dich! Oh! Oh! So viel Ehre hab ich dir nicht zugetraut! Ewe! Schauen wir mal, ob noch irgendwer... Oh no! Oh no! Nein! Toxic Assaultys Extra Respot, um mich noch zu ficken! Genau vor dem Punkt! Was?! Ey Junge! Das muss doch nicht sein! Ey! Ja, aber... Es ist immer so, wenn ich diese Maps zocke, Alter! Es geht alle auf mich! Ich werde maximal zerstört einfach! Muss einfach lieber sein! Ja, okay! Einer will mich jetzt ja auch gerade haben! Ey, beruhig dich! Ich bin immer noch im Panzer, ja? Was willst du fliegen? Schiss eigentlich von mir! Ey, ich war einfach schon komplett durch, ne? Ich war genau vor dem Punkt! Dark, ich kick dich zurück, weil ich ehrenhaft bin! Ähm... Gut! Ich glaube, das war's dann auch schon wieder! Respawn! Halt deine Schnauze, Toxic, Alter! Hauptsache mich da erst vorher noch so wegrabben und dann respawn und dann sagen... Oh, das war nicht mehr Absicht, Deko! Boah, wir haben jetzt so viele Panzer! Also, da müssen wir jetzt eigentlich easy durchkommen! Das nächste Auto, das haben wir schon gesehen, ist ein Rampenauto! Bist du das? Ne! Du kannst bei mir auch links oder rechts fahren! Einfach in den Abgrund rein, dann verwandelst du dich auch! Hab ich gerade gesehen bei anderen! Ja, das habe ich auch schon! Das war mein Hinweg, war das! Okay! Mit dem ersten Auto! Oh mein Gott, der wird richtig auseinandergenommen! Der tut mir schon ein bisschen leid! Deswegen den lassen wir auf jeden Fall am Leben! Alter! Guck mal, der weiß ist aber auch assi, ne? Der versucht, richtig die anderen wegzuräumen! Ey! War ich jetzt hier schon wieder fest? Ey Junge, ich bin schon wieder hier genau vorm Punkt, ne? Ah, da hinten sehe ich dich! Versuch dich zu retten! Warte! Ah, jetzt können wir wieder ein Panzer entgehen! Oh! Was soll ich denn machen? Ich würde dir gerne helfen! Überall kommt Panzer! Kann er rüberfahren? Oh, er fährt sogar rüber! Oh! 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 Ehrenmöwen am Start, Digga! Ehrenmöwen am Start! Okay! Ich fahre hier lang! Nein! Nein! Ein Panzer vor mir hat einen anderen Sand King weggerammt! Der hat mich gerammt und ich bin runtergefallen! Schon wieder genau vorm Punkt! Hallo Trail! Das kann doch nicht! Euer Ernst! Einfickt mir die Eier! Hallo Trail! Ey, zum dritten Mal dahin, ey! Nein! 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 Holt ihn euch! Kann nicht, kann nicht ernst sein! Holt ihn euch! Holt ihn euch! Los! Ja! Ja, dann lass ich durch! Fahrt an mir vorbei! Alles easy! Freundschaftlich! Oh! Oh! Ganz friedlich und freundschaftlich! Ganz friedlich und freundschaftlich! Ja, noch so ein Panzer, der mich hier fast wegrammt! Komm! Obwohl er auf einer anderen Spur fährt! Komm weiter! Ja! Ihr müsst mir ausweichen! Oh, jetzt ist er am Arsch! Jetzt ist er am Arsch! Ich bin ehrenhaft und... Na, okay, er hat verkackt! Das war nicht meine Schuld, das war der weiße Panzer! Fahr lieber rüber, Bruder! Wer auch immer das ist! Du kannst auch rüberfahren! Was soll ich machen, Alter? Ist das Trail? Was bist du denn eigentlich für ein Fliegenschiss? Du hast ja gar keine Chance! Weg mit dir, du Lappen! Oh! Weg mit dir! Wer auch immer das ist! Oh! Oh! Komm jetzt nur noch hier lang! Unterlass das! Bitte! Unterlass das! Lass mich endlich zum Punkt kommen! An was kann man eigentlich noch verkacken, wenn man ein Panzer ist? Was hält einen auf? Oh nein! Nein! Ey! Ohne Spaß! Ich bin schon wieder! Zwei... Zwei Dinger vorm Punkt und ich werde wieder von einem Panzer weggerammt! Absichtlich einfach weggeschoben! Kannst du dich einfach links-rechts ausweichen? Es kam mit dich auch Panzer! Ich war ganz links! Okay! Jackie! Ich weiche aus! Es ist... Ganz langsam rüber! War jetzt schon fünfmal da hinten, ne? Ausweichen! Oh! Okay! Ja! Was ist das denn für ein Bruder? Hier! Ich helfe dir! Ehrenhaft! Los! Bitteschön! Wer auch immer du bist! Ehrenbruder! Oh! Für dich! Für dich! Warum hast du so eine Map angemacht, Alter? Los! Er hat's geschafft! Ehrenvoll! So bin ich! Ich war lieber hier lang! Warum habe ich so eine Map angefangen? Es sind einfach zu viele Leute, oder? Ciao! Ja, guck mal! Toxic Assault hat mich getreut und ich habe ihm Platz gemacht, dass er zum Punkt kommt! Ehre! Ehre! Jetzt einfach mal... Aber er wird mir nicht zuteil! Ja, bist du ja! Hallo Deko! Ja, zum sechsten Mal! Oh, was geschieht mit ihm? Okay, jetzt bitte fahren! Bruder! Ausweichen! Okay, wir können auch ausweichen! Warum bist du nicht einfach direkt weitergefahren? Ey! Warum? Warum? Warum?! Digga, dieser Toxic schon wieder! Kannst du nach hinten fahren? Ey! Was ist denn los? Was ist mit diesen Rampenautos los? Ich weiß nicht, ob das ein Modder ist. Hier läuft... Oh! Ein oder zwei Leute fahren hier rum mit dem Panzer, wo kein Name angezeigt wird. Okay. Ey, ganz ehrlich, Trey... Der ist schon wieder weggerammt. Schon wieder auf dem letzten Teil vom Punkt. Schon wieder weggerammt. Rette mich! Rette mich! Ey! Verziert euch doch mal! Ja! Hier spricht die Power! Die Power spricht hier! Ey, Junge! Und Toxic ist heute... Er sagt gerade noch Ehrendeko und rammt mich instillin mit seinem scheiß Rampenauto weg, ne? Digga, fahr doch! Nein! Ich muss wirklich geradeaus fahren! Ey, warum? Deko, bist du eisgert immer noch der Sand King? Ich bin immer noch der Sand King, ja. Alter Schwede, ich muss jetzt... Ja! Ich war jetzt glaube ich schon sieben oder acht Mal da hinten, Alter. Und jedes Mal kommt mir irgendein Wichser entgegen. Und rammt mich absichtlich weg. Ey, ganz ehrlich, ich bin aber jetzt auch schon so oft am Ende gewesen. Einfach mal freundlich! Wir können das ja so machen! Rechtsfahrgebot! Leute, Rechtsfahrgebot! Dann haben wir auch keine Probleme! Komm! Rechtsfahrgebot! Alle fahren recht! Ich muss dem ausweichen! Oh! Oh! Natürlich nicht! Jetzt krieg ich alles zurück! Alles krieg ich zurück! Einen Punkt bitte weiter! Bitte einen Punkt! Digga, laber mich nicht voll, Alter! Wo bist du? Ich kann gleich eine Karawane für dich machen! Dann ramm ich alles weg mit dem Panzer! Wenn du mir sagst, wo du bist! Ich bin jetzt wieder in der Mitte! Okay! Nein! Oh, das Trail! Das Trail! Guck mal, wie er wegrennt! Wie er wegrennt! Los! Fahr doch! Fahr doch! Ey! Vorsicht! Aber ein Trail ist auch geworden! Okay, du bist jetzt ganz rechts, ne? Leider! Ich bin jetzt gerade ganz rechts, ja. Aber hier sind schon wieder drei Panzer vor mir. Komm, mach jetzt mal Platz hier für Deko! Der muss jetzt mal hier weiterkommen! Versuch jetzt gleich komplett zurückzufahren! Da bist du! Warte, schaffst du das? Nein! Schaffst du das? Nein! Oh, ich lebe noch! Ich kann dir leider nicht helfen, es sind einfach zu viele Rampenautos! Ne, ich bin noch... Schaffst du das? Schaffst du das? Oh! Endlich! Nice! Digga, acht oder neun Mal war ich hier, bis ich es geschafft habe. Das ist unfassbar, Alter. Ey, das Problem ist, man muss wirklich mit dem Panzer eiskalt durch die Mitte fahren. Und, äh, es wird sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Oh! Ich fahr auch erstmal komplett links! Und am Ende... Hast du nicht gerade Rechtsfahrgebot gelabert? Ja, das macht doch niemand! Keine Arten macht das! Jo, Alter! Hauptsache hier ist noch so ein russischer Raketen! Jaaaaa! Oh, ich glaube, hoffentlich habe ich gerade Trail erwischt! Ja, hab ich! Oh! Oh, ich war jetzt, Trail hat noch... Jetzt muss ich schon länger leiden als ich. Zwar auch nur knapp jetzt, weil ich jetzt auch gerade es geschafft, aber... Jaaaaa! Also... Muss man leider so sagen. Als Panzer... Zumindest von mir. Von einem anderen nicht, aber von mir. Ich habe nicht meine Chance als Panzer gegen dieses russische Raketenauto. Von mir. Ja, du hast einfach keine Chance gegen die scheiß Panzerautos, äh, Trappenautos. Los! Verzieh dich, du Lappen! Oh! Oh, endlich! Alter, 2000 Jahre später! Okay, jetzt kann ich einen Fick drauf geben. Du musst mit dich fahren mit dem Panzer, oder was? Wer will was machen? Wer will was machen? Ja, muss mit dich fahren. Ciao, ciao! Digga, so chillig! Ciao! Nein, ich habe genau vor dem Punkt verkackt. Nein! Ich nehme dich auch nochmal mit. Ciao, ciao! Ich war genau vor dem Punkt, da hat sich da ein Panzer verkeilt. Oh, 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 oh. So komme ich doch chillig durch. Also ganz am Anfang ist eigentlich egal. Bruder. Ciao. Ciao. Dafür gerade so ein Verschnittfall. Hast du das gesehen? Ne. Ey, das ist ja so chillig. Das Auto kann ja einfach so durchfahren. Was? Und verwandeln, oder? War es nicht schnell genug, oder was? Gut, muss man auch mit dich fahren, aber ist ja chillig. Ist ja chillig. Ganz ehrlich, ich weiche den aus, weil ich weiß, wie das ist. Okay, ich weiche den auch nicht mehr aus. Ich muss jetzt an mich denken. Ich muss an mich denken. Ist tut mir leid. Der gute Mensch wurde abgeschaltet. Trey sagt noch ein Troll, der kündigt. Die Gemüter sind sehr hetzt hier. Nein! Gut, geil, Bossa. Digga, ich bin 14er Platz. Wie haben die Leute es geschafft, da durch zu kommen? Wie? Nein! 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 Wirst du schon durch? Nein, dein Rampenauto erwischte mich. Guck mal, die lass ich jetzt in Ruhe. Weil ich weiß, wie das ist. Digga, die Rampenauto scheppern aber auch ohne Gnade einfach durch. Alter, du kannst doch einfach Fullspeeden. Du hast keine Chance. Brennt jetzt einfach mal durch die Mitte. Es tut mir leid. Tja, man kann nichts machen, ey. Das ist so broke. Oh, wo kommt der denn her? Okay, was ist hier mit dem russischen LKW? Ja. Auf jeden Fall kommen wir easy durch. Jawoll! Es geht weiter, meine Freunde! El Limousino! Die Lenkung ist wahrscheinlich richtig, Rott. Guck mal! Guck mal! Haben wir den Long hier wieder gerettet? Und noch einen gerettet, Junge. Ich bin so eine goldene Karma-Möwe, Alter. Ich schieb die ganzen Leute hier wieder auf die Fahrbahn drauf. Guckt euch das an! Guckt euch bitte das an, Alter! Eben gerade, bester Kommentar. Trail ist salziger als das Meer. Finde ich sehr gut. Salziger als das Tote Meer vor allem. Ich lasse dir die Chance zurückzufahren. Digga, fahr jetzt auch, du Lauf! Ich fahr jetzt hier rüber. Ehrenhaft. Jetzt kannst du wieder vorwärts fahren. Guck mal, so funktioniert das noch. Ey! Ich hab gerade sogar insgesamt vier Leute, die schon quasi zwischen den Teilen gehangen haben, wieder hoch gerammt, zur Seite geschoben, dass sie wieder auf die Fahrbahn gekommen sind. Ey, was war mit ihm los? Ich bin so golden, ey. Ich bin so golden. Golden wie mein Urinstrahl. Alter, auf jeden Fall. So ungesund wie ich ernährst. Hashtag Eigen-Urin-Kur. Am Ende geht's nach oben? Gibt's vielleicht einen geheimen Weg? Oh no! Jetzt bin ich ja auch fest, oder was? Kann man die ganze Zeit vielleicht auch schon an der Seite fahren? Oh komm, hier lang. Ich folge einfach dem Panzern. Ich glaub dem Panzern geht's gut. Nein! Oh! Ja! Komm! Huh! Ab durch die Mitte! Nein! Ich hab schon wieder einen Murchacho gerettet, Alter. Julian! Julian! Alter, der Arm ist Eisgert immer noch im Sand King, ne? Digga, fahr zurück, du Lappen! Fahr zurück! Du musst 10 Meter nur fahren! Nein! Digga, fahr auf dem Sand King auf Start. Sein Leben wurde zerdrückt. Nitra, das war die, der hat nur noch hinten fahren mit den Lappen. Digga, was ist ein Bananenkondom für ein Wichser, Alter! Er versperrt hier extra den Weg, dass wir nicht durchkommen mit den Panzern. In der Mitte. Das ist so krank, Mann. Digga, wir sind knapp 1.400 Leute! Krank! Dankeschön für diesen ultimativen Support! Diese Map ist auch so abnormal. Ich will einfach bitte nur noch das nächste Auto haben. Am krassesten finde ich gerade... Jacky, nein! Diesen russischen LKW. Wir arbeiten hier gerade alle zusammen! Nein, 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 lass mich bitte durch! Fuck! Nein, genau verbunden! 2 Dollar, lass mich durch! Warum, Alter? Warum werde ich immer... Das ist unfassbar, ich bin 25. übrigens, ne? Was?! Ey, ich bin so golden, Alter! Ich helfe den ganzen Leuten hier jedes Mal wieder auf die Fahrbahn drauf und dann werde ich immer so weggefickt. Komm, fahr! Alter! Durch die Mitte, einfach nur durch die Mitte! Komm, komm, komm! Bronze! Bronzepanzer, los! Nein! Nein, da kommt ein Bruder! Nein! Julian! 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 Lass mich einfach über dich fahren! Ehrenhaft! Lass mich einfach ehrenhaft über... Okay, oder mach so, ja. Ich bin weg! Ich bin weg! Oh, war das dämlich! Julian, du bist ehrenvoll! Aber ich hab mal kackt... Oh! Ich bin weg! Bist du eigentlich immer noch das Rampenauto? Hehehehe! Ich bin schon lange nicht mehr das Rampenauto. Mit dem Rampenauto bist du auch in zwei Sekunden durch. Du musst nur gerade ausfahren. Nein, du kannst alles andere einfach wegkicken. Oh, komm, jetzt einfach nach vorne speeden. Los, los! Digga, ich werde jetzt häufig zum Rampenauto. Aber da ist so ein richtiger, ein richtiger Pult vor dem Punkt. Komm! In der Mitte, wo die Panzer durch müssen. Lass mich in Ruhe! Oh, Bananen! Bananenkondom, ich weiß nicht, ob du das warst, aber er hat mich in Ruhe gelassen. Einfach jetzt hier... Wow! Alles chillig! Los, gemeinsam! Die Lumosien! Gemeinsam schaffen wir das jetzt! Wir sind eine Familie! Nicht Rampen! Eine Familie! Komm! Oh! Ich bin das Rampenauto! Endlich, Alter! Warte mal, können wir hier nicht vielleicht... Es gibt eiskalt noch ein, äh, hier, Fliegemotorrad. Ich? Echt? Habe ich gerade rumfliegen sehen hier, ja? Lass mich durch! Oh, das war ein Modder, das erst gespielt hat. Nein! Deko! Deko! Ey! Ey, Deko, ist das dein Ernst? Wir waren gerade so Karma-mäßig gut unterwegs und dann kommt der Strich, Alter! Von der Reise! Digga! Ich bin der goldene Karma-Bruder, Alter! Dass ich gerade aus Versehen weggerammt habe, das macht überhaupt nichts. Ey, Digga! Das einzige, was an dir golden ist, ist dein vollgekacktes Gesicht, was dann nach golden eingerieben wurde. Aber Hauptsache jetzt mal vollgekackt. Ja, da ist er schon wieder! Oh! Jaaaa! Ähm, bin ich dann an deiner Position? Oder bist du nochmal was anderes? Nein! Nein! Rampenauto, rette dich! Oh! Lass mich einfach durch! Alter, alle auf Deko! Alle auf Deko! Nein! Nein! Genau! Ja! Nein! Das heißt, er kommt jetzt wieder! Oh nein! Nein! Ich fahre bei the way immer durch die Mitte! Okay! Du bist gerade links damit vorbeigefahren! Hä? Warst du schon bei der zweiten Strecke oder was? Hä? Nein! 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 Das ist doch lustig! Ich könnte fast nochmal respawn nehmen! Bist du reingefallen, daneben gefallen oder bist du draufgekommen? Ohhhh! Ich war noch drauf und der Kampanz hat mich runtergekickt! Hey! Ja gut! Aber da kann ich erst nichts führen! Ohhhh! Warum? Trey genießt es richtig, Alter! Los, Marvin! Nein, Deko! Nein! Jaaaa! Ey, nein! Oh, das ist so angenehm, ey! Ey, du musst doch nur geradeaus fahren, du Lappen! Ey, du bist ja vorn jetzt zum Glück! Ey, jetzt habe ich es ja auch endlich geschafft! Ohhhh! Wo ist der Lappen, ey? Wo ist er? Oh, war das schön, ey! Ohhhh! Ja, ich muss sagen, das Rampenauto war geil! Das hat mir sehr gut gefallen! Das Rampenauto war echt angenehm, Alter! Weil es kann eigentlich echt keiner was gegen dich machen! Außer andere Rampenautos! Stimmt, ja! Aber die kommen dir ja eigentlich nicht entgegen! Weil die müssen ja alle in die gleiche Richtung! Mir kam welche entgegen auf jeden Fall! Also er hat es genossen! Uh! 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 Einmal rum! Das Rampenauto kommt nochmal! Okay, gut zu wissen! Komm! Wir sind eine Familie! Wir sind eine Familie, Mr. White! Hahaha! Trail! Trail ist, äh! Ist eine Rampenauto! Ähm! Okay! Hi, Deko! Wir sind eine Familie! Du bist ein Rampenauto! Du bist ein Rampenauto! Wir alle sind Rampenautos! Komm! Eine Familie! Eine Familie! Jetzt einfach du! Nein! Hey! Muss das sein, Bruder! Ja! Ey! 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 Ich bin der Toxic! Gebt doch einfach Gas, du Lappen! NOOOOOOON! EIN TRAIL! Ey, ich bin noch zur Plattform mit dem Wechselpunkt hingesprungen, aber bin an der Kante abgeprallt. Zwei Dollar. Mr. Zwei Dollar. Okay, jetzt geben wir wieder Vollgas hier. Ja, das Batman-Auto! Digga, Hauptsache du kannst einfach in der Wand langfahren. Ey, TRAIL ist so ein übertrieben schlechter Mensch, ey. Ja, schnell fahren. Das gibt TRAIL, das gibt für diesen Monat, für Juni 50% Lohnabzug. Digga, was bist du für ein ehrenloser? Den hole ich mir, wer ist das? Jackie, Jackie, alle auf Jackie, rosaner Panzer, den hole ich mir jetzt. Denkst du, du schaffst das irgendwie? Dein Arsch! Da hinten ist er. Schnappt ihn euch. Komm, der ist vogelfrei, der Junge. Hauptsache, Trail schreibt, wenn Marvin nicht leiden muss, dann muss ich leiden. Das gibt aber sowas von Kurzarbeit, Trail, Alter. Na, Trail, alles bingo bongo, er will mich jetzt die ganze Zeit wahrscheinlich nicht wegkicken. Ich mache jetzt einfach den Vollgas. Den Vollgas, Profi! Komm, ich noch drauf! Nein, leider nicht. Okay, das nächste Auto sollte, glaube ich, etwas chilliger werden. Okay, was da gerade passiert. Entweder das russische Raketenauto oder das Batman-Auto. Hauptsache, Bananenkondom fängt hier bei mir richtig Stress an, Alter. Auf der Seite war er zur Seite und haut ab. Wenn er gerade im Panzer und Sandking ab und gestürzt hat. Jetzt, 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 jetzt. Guck mal, ich fahr sogar rüber. Ich kann nicht rüberfahren, oder? Doch, fahr rüber. Ehrenvoll, wie ich bin. Ehrenvoll, wie ich bin! Okay, weiter geht's. Wir profitieren alle davon, wenn wir alle lieb sind. Nein, 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 nein. Ja, Ehre! Digga, Trail, verpiss dich! Wer schon wieder ankommt hier, Alter. Das ist doch nicht dein Ernst, dir. Das ist doch nicht dein Ernst! Ich bin wieder bei einer Rettungsaktion, Alter. Ausweichen. Gib Gas hier, gib Gas! Weg mit dir, du Lappen! Panzer, muss das sein? Ich fahr extra auf die andere Seite. Uh, skillig! Und wieder auf die andere Seite, so. Alter, ich mach das hier. Nein. Ey, Junge! Ohne Spaß, Trail. Das ist so, ey. Ja? Er hat mich schon wieder genau vom Punkt weggestoßen, ne? Alter, was geht hier ab? Oh mein Gott, das wollte ich nicht, Bruder. Bruder, fahr rückwärts. Der Trails-Gehalt für Juni ist nicht mehr existent, hab ich gerade gekürzt, gerade eingestrichen. Ich fahr rückwärts, ich fahr rückwärts. Ich hab den, äh, Dulli-Weg hier nur. Einmal bitte anrahmen, Trail. Dankeschön. Ah, schade! Das wär so schön gewesen, hätt's geschafft. Okay. Einmal nochmal rüber. Wow! Der ist aber aggressiv, passiv unterwegs hier. Äh, ich weiche aus. Beruhig dich doch, Bruder! Ich wär doch ausgewichten! Okay, der hat sich verwandelt. Jetzt alle in diese eine Richtung, komm! Ja, ja, ich will die ganze Zeit blinken. Oh, das ist die Technik. Ich bin schon wieder genau vom Punkt weggeschoben worden, ne? Wer bist du denn gerade? Trail labert zu, Dillco hat seine Packung bekommen, Alter. Hauptsache, ich hab in dieser Runde einmal getrollt. Und er mich schon vier- oder fünfmal. Oh, nein. Dillco hat seine Packung bekommen. Jetzt sind wir quitt. Hier hab ich noch irgendeine Gelegenheit habe, dich zu zerstören, Alter. Dein Anus wird zerrissen. Ja, Trail! Ey, was ist verkehrt mit diesem Jungen? Boah, er bleibt einfach die ganze Zeit das Rampenauto, ne? Digga, du hast einfach zu viele Arschare gesammelt in den letzten Tagen. Ich kann dir eins sagen, das ist ungesund für den Körper. Ernähre dich nicht zu viel von Arscharen. Digga, Trail habe ich schon so viele Arschare gefressen, die wachsen ihm schon aus dem Hals. Die Wooser-Boys. Der Kopfschmerzen liegt. Jetzt besinnen wir uns wieder, meine Freunde. Und machen das hier brüderlich. Komm, alle Orangen sind zueinander weg, komm! Brüderlich machen wir das. Ganz, ganz chillig. Super, ja! Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, Brüderlichkeit bringt gar nichts, ey. Ich habe hier schon so viele Leute gerettet und so viele Leute wieder auf die Spur geschoben. Was für ein Dreckiger, Alter. Ich bin trotzdem jedes Mal wieder zerstört. Was für ein Dreckiger. Das ist so eine Karma-Map. Aber so eine negative Karma-Map. Trail, nutz doch einfach mal dein Auto, um mir vielleicht mal den Weg freizuknallen. Wie wär's denn mal damit? Okay. Komm, lass uns jetzt konzentrieren. Fette Konzentration. Hey, 2 Dollar, du bist auch so durch, ey. Gib doch einfach mal Garten. Warum bleibst du hier stehen? Warum bleibst du hier einfach stehen, du Lappen? Ey, endlich habe ich noch eine Runde geschafft, ey. Junge, Junge, Junge. Los! Geht doch. Ja. Das sieht gut aus. Oh. Oh, andere Seite. Das war mir zu gefährlich. Was hast du gerade für einen Karre? Ey, Trail. Digga, was ist? Der ist schlimm, der Typ, ne? Ey, der ist einfach hobbylos. Digga, dein Arbeitsvertrag wird gleich im Kamin geräuchert. Oh, richtige Ehre, Männer, Alter. Lass sie mich einfach wegrammen. Jetzt aber, jetzt aber. Nein, ey, warum? Das kann doch... Ist irgendeiner hinter mir? Kein Arsch hinter mir, okay. Das kann jetzt Eisgärm was werden. Okay, das bringt nichts, Alter. Ich habe so viel Karma gesammelt, so viel goldenes Karma gesammelt. Das hat einfach nichts gebracht. Das wird immer zerstört. Ey, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein? Digga! Jetzt bleibt mir alles chillig. Ich will dieses Rennen auf jeden Fall noch gerne beenden. Ist überhaupt schon einer im Ziel? Nee. Okay, das sieht gerade sehr gut aus. Es wird gerade weniger getrollt. Guck mal. Das kann ich nicht bestätigen. Ey. Was ist los mit ihm? Er bleibt einfach stehen. Aufbau, Unfall. Sein Fehler. Ich bin nicht an den Verwandler gekommen. Ich bin einfach eine Spur links komplett durchgefahren. Oh, oh. Und bin übertrieben durchgespeedet. Ich habe trotzdem den Punkt nicht bekommen. Ach, Junge. Oh, nein, nein. Bleib doch. Bleib ehrenhaft. Hallo. 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 Ich versuche doch auszuweichen. Oh, ich lebe noch. Wer ist das hinter mir? Komm, Willi. Wir machen das jetzt. Willi. Oh, komm. Wir machen das jetzt wahr. Für die Menschheit. Euer Karma wird einfach von Buddha in einer Pfeife geraucht, Alter. Wir haben immer noch 1.400 Leute, die zuschauen, wie wir richtig fett auf die Fresse kriegen. Aber wir schaffen das jetzt. Komm. Ausweichen. Ausweichen. Digga. Kannst du nicht einfach drei Meter zurückfahren, dass ich nur wechseln kann? Ey, Toxic! Du dreckiger Lappen, Alter. Du dreckiger Lappen. Er treut mich auch die ganze Zeit, Toxic. Das muss doch nicht sein, wirklich. Muss das sein? Muss das sein? Einfach jetzt Vollgas? Nein. Einfach so? Ja. Er kann hier nicht rüber, ne? Ja. Ich mache gerade den ersten Abschied rückwärts. Digga. Komm schon. Bitte zerstört mich nicht. Ich fahre gerade eisgadrückwärts hier lang. Ey, es gibt hier so ein paar Leute, ne? Ich wünsche, man wünscht ja Leuten nicht Schlechtes, aber ich wünsche Trail nur das Schlechteste im Leben. Ich wünsche Toxic nur das Schlechteste im Leben. Wer war das noch? Ich wünsche den rosanen Panzer, diesen JK, nur das Schlechteste im Leben. Das wären auch genau meine Kandidaten. Das war's. Die haben einfach keine Ehre. Eure Ehre ist verloren. Merkst du, was ich bei solchen Maps immer durchstehen muss? So. Und normalerweise bin ich alleine und die müssen sich nicht noch auf dich fokussieren, sondern machen nur mich. Ah. So, ja, weg. Jawohl. Endlich ist Trail mal zu was gut hier. Machen wir den Weg frei. Volksbank, wir machen den Weg frei. So. Ich weiche aus. Ne, ich fahre ganz links. Ganz links, ganz links. Ja? Nein, warum? Ey, Junge, Game Freak LP, ne? Genau an der Auffahrt zum Punktwechsler schiebt er mich weg, ne? Komm jetzt. Komm bitte, bitte, bitte. Fahr bitte geradeaus. Das wird jetzt hier ein Stau. Nein, 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 nein. Nein, nein. Muss das sein? Bruder. Bruder. Muss das sein? Bitte einmal rammen. Ich muss das hier noch hinkriegen. Olaf. Bitte rette mich. Ja. Rette mich. Mr. Panzer. Los. Einer von hinten, bitte. Ja, Olaf. Olaf ist so ein Ehrenmann. David Schwell ist gerade unterwegs zu dir. Digga, Olaf, er ist einfach zu gütig. Er haut trotzdem ab. Ne, er kommt zurück. Oh ja. Digga, seine. Okay, der Versuch hat gezählt. Er wollte mir wirklich helfen. Mein Leben zieht gerade an mir vorbei. Hallo. Blackdesire27, danke schön für den Sub. Ice Guard im elften Monat. Danke schön. Oh. Oh. Okay. Bitteschön. Bitte, 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 bitte. Merkst du, wie langsam deine Seele aus deinem Körper wandert? Olaf. Digga, meine Seele hat sich schon verscheppert, ey. Olaf. Olaf, 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 was ist hinter mir? Digga, was ist hier hinter mir los? Es ist Eisgert, das russische Raketenauto. Komm. Komm. Oh. Digga, da ist der Panzer. Du kannst nichts machen gegen den. Fahrt alle hinter freaking. Okay, das war es dann auch mit ihm. Das wäre mein Buddy. Mein Buddyguard gewesen. Den kann niemand aufhalten. Komm. Komm, komm. Seid einmal ehrenhaft. Einmal ehrenhaft. Komm. Komm, 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 komm. Digga, ey, Junge. Mr. GameSmiley ist scheiße in deinen Hals, Alter. Komm, lass mich rüber jetzt. Komm wieder genau vorm Punkt. Er fährt auch immer mit dem scheiß Rampenauto rum und fickt mich weg, Alter. Er respawnt sogar zweimal, um mich zu ficken. Nein. Kann ich hier noch? Nein. 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 Ja. Wir müssen hier irgendwie rüber. Wir müssen in die Mitte. Oder Fullspeed. Nein. Nein. Digga, ich rage-gitte gleich, ey. Ich rage-gitte auch gleich. Digga. Rette mich. Also soziales, soziales Experiment haben unsere Muchachos nicht bestanden. Alter, Ehre. Ehre, lass mich durch, bitte, grüner. Digga, ich küsse dein Eier. We bist du, Extreme Gamer. Ich küsse sie richtig hart. Ja. Warum? Extreme Gamer, deine Eier sind einfach sowas von durchgekrault. Alter Schwede. Oh mein Gott. Deine Eier mögen auf einem seidenen Kissen gethront und von 20 Jungfrauen liebkost werden. Oh. Respawn doch einfach. Hier ist kein Platz mehr. Ich fahre an der Seite lang. Yolo. Digga, da will man ehrenhaft sein, ne? Da will man ehrenhaft sein! Ähm. Ich fahr zurück. Ne, ich kann nicht zurückfahren. Oh. Mr. Schande. Ehrenhaft. Oh. Digga, weißt du, was ich jetzt mache? Geht das? Ich sehe richtig häufig Geländewagen einfach rechts am Rand langfahren. Hä, kann ich nicht den Booster aktivieren? Ich mach das jetzt auch. Hä, ich dachte, ich könnte... Warte mal, ist eh? Ist eh Boost? Ich hab gerade Angst, den Booster zu aktivieren. Und... Oh. Ich werde rausgewichen, Bruder. Oh. Ja. Komm. Ja, Panzer. Nein, die kommen auch nicht rein. Ey. Ich wäre so bereit gewesen, eine Boxershot aufzusetzen dafür. Ganz ehrlich, das mache ich jetzt auch. Ich hatte nämlich... Was denn? Ich kann Eisgarten mit dem Auto sheaten hier. Mit dem Batmobile. Ich weiß auch genau, wie... Habe ich eine Boxershot parat? Ich muss mir gleich eine holen. Du bist schon mit dem Batmobile, ey. Ja. Obwohl, eigentlich wäre es nicht wert, weil mit dem Batmobile ist es eigentlich relativ einfach. Eigentlich. Aber ich hab's gleich. Ich bedanke mich erstmal bei Übler Schubser. Dankeschön für deinen Reset im siebten Monat. Komm, ich rette dich. Wer ist das hier? Ich versuche, dich zu retten. Pilger Stark. Komm. Er hat gerespawned. Tut mir leid. Oh, das ist Extreme Gamer. Den muss ich eigentlich retten. Er hat gerespawned. Ich wollte ihm gerade helfen. Oh. Digga, warum, ey? Ihr seid so schlechte Menschen, Alter. Ihr seid so schlechte Menschen. Ganz ehrlich, bei Toxic, bei dem darf man eigentlich nicht zurückfahren. Er hätte das nicht verdient. Er ist nämlich wirklich ein schlechter. Oh. Tut mir leid. Das ist noch nicht mein Begehr. Eigentlich ist das wirklich possible. Warte mal, schnell. Oh. Sorry. Das wollte ich nicht. Einfach mal hier lang. Ich will nämlich eine Sache jetzt mal ausprobieren. Ich muss aber dann nur bis zur Hälfte kommen. Nur bis zur Hälfte. Komm, komm, komm. Ja. Das wäre so skillig gewesen, Leute. Das wäre so skillig gewesen. Das wäre so skillig gewesen. Das wäre so skillig gewesen. Ja, ist echt so. Oh, Jackie. Du bist auf jeden Fall weggeäumelt hier. Ich glaube, du warst ein Böser. Glaube ich. Ah, nee. Es war ein rosa Satz. Nee, warum, Alter? Hier, eine Sache wollte ich jetzt ausprobieren. Komm nicht einen Zentimeter vorwärts, Alter. Nämlich die Sache jetzt hier. So. Bin ich jetzt hier oben drauf? Ah, shit. Wollte eigentlich da den Boost aktivieren. Ist das dein Ernst? Ist das dann wirklich dein Ernst? Ich bin immer noch 23, so, ne? Oh, es sind einfach zu viele. Es sind einfach zu viele unterwegs. Warte mal. Es ist noch Eiskalt. Niemand im Spiel, ne? Eiskalt. Oh. Oh. Wie war es denn eigentlich bei dir, als du diese Map gezockt hast? Das war eine andere. Oh, die war doch genauso oder nicht? Also das Prinzip war dasselbe, aber du konntest, glaube ich, nicht so hart verkacken, weil es nur ein Ding in der Mitte war und nicht zwei wie hier. Ah, okay. Und es gab eine breite Strecke und nicht drei kleine. Du konntest noch ein bisschen ausweichen, den Leuten. Oh, jetzt habe ich das russische Raketenauto. Wir sind eiskalt. 1420 Leute. Dankeschön für den Kranken-Support. Die machen das hier wahr. Oh nein. Tut mir leid. Ja, die Lenkung ist etwas komisch. Aber eigentlich bin ich doch jetzt Chef-Boss mit dem hier, oder? Da kann doch eigentlich nichts passieren, oder? Komm, ich helfe ihm sogar. Hier. Easy. Easy. Nein, 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 nein. Nur das Rampenauto kann mich auseinandernehmen. Oh mein Gott. Ey. Aber mit dem russischen Raketen-Man sollte es relativ schnell gehen. Nightfire wartet dort. Auf dem Rückweg muss man in der Mitte fahren, glaube ich, ne? Ja. Vom Bruder fahr los. Der vorne muss ausweichen. Wir sind stärker. Alter, er brettert einfach vollkommen rein. Hätte ich jetzt nicht unbedingt so gemacht, aber nun gut. Der Stärkere gewinnt hier, ne? Er fährt auch nochmal rein, ey. Nein. Bist du mich verarscht? Digga, warum bin ich immer noch so ein guter Mensch, Alter? Alter, wie ich hier rumeier. Okay, aber haben wir. Digga, diese Lenkung von diesem Auto ist einfach so krank. Ist das Raketenauto dieses Riesenteil mit den ganzen Raketen hinten drauf? Das Batman-Auto ist das, Raketenauto. Ach so. Okay, wir fahren einfach mal hier lang, durch die Mitte. Ganz ehrlich, wir sind das Raketenauto. Uns kann nichts aufhalten außer das Rampenauto. Und da sehe ich schon wieder zwei. Komm, 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 komm. Bitte lassen Sie meine Hone in Ruhe. Lassen Sie meine Hone in Ruhe. Ja, ja, geht doch, geht doch. Ah, jetzt bin ich wieder das Rampenauto. Man spielt es wirklich zweimal. So, tut mir leid, aber weg mit euch. Das mache ich jetzt ganz schnell. Ich mache das wirklich ganz, ganz schnell. Nein, bitte nicht mich weg, Rauben, Alter. Fährst du durch die Mitte? Fahrrad Mitte, ja. Okay, dann reiche ich aus, reiche ich aus. Aber das ist auch aus, weil ich da komme. Panzer. Oh, Toxic Salty ist vorbei. Ist Icecat im Ziel. Endlich, ey. Wow. Der Toxic Salty war so ein schlechter Mensch. Alter, ganz ehrlich. Zwei Leute sind im Ziel, nice. Oh, wir können Icecat schaffen, meine Freunde. Wir können den Icecat schaffen. Oh, das Schwierigste rennen. Oh, dass wir jemals gefahren sind. Oh. Es ist halt ohne Spaß so mega anstrengend, ey. Aber jetzt kommen wir gerade gut durch. Wir sind jetzt Icecat schon mal zwei weniger. Das merkt man. Ich bremse. Fahr vorbei. Ja. Aufbauunfall. Oh, Extreme Gamer. Ehre. No, 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 no. Oh. Oh. E-re. 5 gegen Willy. 5 gegen Willy. Ja. Rammig. Bist du das? Nee, bist du nicht. Rammig. 5 gegen Willy. Los. Mehr. Oh. Ich will doch einfach nur auf die Seite. Ich will doch einfach nur die Bütze wechseln. Los. Alter. Junge, dieses Batman-Auto ist aber richtig krass. Ja. Oh, noch geschafft. Nein. Ich glaube, es hat sich gelohnt. Nicht auseinandernehmen. Oh, ja. Drei Leute kommen entgegen. Komm, ich schaffe das. Jetzt funktioniert das alles hier. Ich weine hier raus. Komm. Die schlimmste Map auf Erden. Ich fahre in die Mitte. Und jetzt nach außen. Oh mein Gott, was ist das für ein Auto hier vor mir? Oh mein Gott, damit will ich gar nicht fahren. Oh, arme Sau hier. Nein, nein, nein. Ganz langsam. Olaf, du bist ehrenhaft. Komm. Oh. Komm, hier alle hinterher. Ja. Die können nichts machen. Was? Wie ist der denn gerade explodiert? Nein. Digga. Oh. Der Bow Spam hat mich eiskalt. Fahr rein. What? Fahr einfach rein. Wie lenkt sich denn diese Karre hier, Alter? Das ist ja richtig schwer. Ich muss dran vorbeikommen. Ich muss das Eisgert dran vorbeifahren. Ja. Nice. Und jetzt eiskalt mit dem Motorrad. Bruder Sanchez. Bruder, damit kommt der Easy zum Schrei durch. Wie ich sie einfach verknüpft hatte. Oh. Hier kann ich einfach vorbeisneaken, Bruder. Oh mein Gott. Easy. Das kann ich doch. Oh. Jetzt komme ich gut durch hier. Oh, was für eine Map, man. Eiskalt. Digga. Anstrengend ist Fuck. Muchachos. 1.500 Leute, falls ihr neue Games braucht, checkt gerne mal bei Instant Gaming vorbei. Ausführungszeichen IG in den Chat. Könnt ihr günstig Games kaufen und zu kaufen. Ganz genau, meine Freunde. Und falls ihr kein Cash-Up für neue Games, Ausführungszeichen Giveaway in den Chat. Wir haben jeden Monat aufs Neue ein Gewinnspiel mit Instant Gaming. Ihr könnt euch auch so was ihr gewinnen wollt. Ihr entscheidet für Playstation, Xbox, PC und Nintendo Switch. Dankeschön. Ja, Dankeschön auch für knapp 1.500 Leute. Unglaublich, dass ihr euch das hier gerade reinballert. Das ist einfach gerade super schmerzhaft beim Spielen, aber hoffentlich lustig beim Zuschauen. Nein. Ich weich aus. Ey, er ist so ein Dreckiger. Ja, ich wünsche ihm wirklich nur das Schlechteste. Wie heißt er? J4 irgendwas. Er ist einfach der Schlechteste Mensch, den es auch auf Erden gibt. Und Deko auf Platz 3 ist. Nein, ich bin genau vorm Punkt. Und bin in der Ecke abgekratzt. Und komm nicht mehr. Oh, Jody Carter. Alter, was für ein Jody Kamitzer. Ehrenhaft. Er hat mich fast gerettet. Fast komplett gerettet. Kann ich... Ich kann selber nichts machen, Alter. Meine Karre bringt sich null. Mr. Panzer. Mr. Panzer! Okay, bin weg. Ciao. Wenn Jody Kamitzer hier nochmal ein bisschen geile Action tut. Oh mein Gott, wer war das? Kann ich nur an der Seite rammen? Oh. Der Kamen versucht es auch. Oh. Bruder! Oh, die Ehrenmänner. Jetzt werde ich hier gerettet. Auf Kosten anderer Menschen zwar, aber ich werde hier gerettet. Dankeschön für den Sub. FME-Finger, meine Freunde. Einfach nur durch die Mitte jetzt. Einfach nur durch die Mitte. Ich glaube, das könnte auch noch ein richtig schlechtes Auto werden. Aber es werden immer weniger Leute. Wir kommen hier gerade sauber durch hier. Oh ja, das ist sehr gut. Am Raketenauto vorbei. Einfach jetzt Vollgas. Komm. Wir nehmen die linke Seite. No. 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 Ja, man lenkt sich doch sehr gut ein hier. Und jetzt fahr bitte Raketenauto. Nein, ich war doch kurz davor. Nein, Digger, was macht ihr denn? Lasst mich doch einfach einmal eben kurz zum Punkt fahren. Auf jeden Fall ist diese Map so hart salzig, dass alle gerade sich übertrieben fertig machen. Es ist auf jeden Fall einer der salzigsten Menschen. Hä, ist irgendwer unter hier? Nein, ich bin halt da unten. Ich bin halt da unten. Lol. Oh, komm. Geh einfach nur Gas. Oh. Oh, no. Oh, die Karre lässt sich aber richtig geil lenken. No, 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 no Oh, wie ich mich da vorbeigesneakt habe, Alter. Sneak, Bosse. Ciao, Bruder. Bin da mal weg. Wir kommen voran, meine Freunde. Hashtag voran. In den Chat. Hashtag voran. Wir schaffen das. Was ist das hier? Ein Lifeguard. Das ist hier irgendwie so ein Baywatch-Auto. Wer bist du, Bruder? Wer bist du? Und wen wir zu verarschen? Oh. Einmal im Leben war er ehrenhaft. Ein einziges Mal. Oh, das arme Auto. Was ist da passiert? Aber wir lassen es durchgehen. Digga, 50 Minuten für so eine Mette, ne? Aber es macht doch irgendwie... Weicht niemals aus. Ich finde, es macht Spaß, wenn man eine Karre hat, mit der man alles machen kann. Ja, ich wollte gerade sagen, es hat gerade ein bisschen Spaß gemacht. Dann wollten wir ehrenhaft sein. Es macht nur Spaß. Also ehrenhaftigkeit kann ich sagen, lohnt sich nicht. Nein. Komm, Olaf, wir machen das jetzt gemeinsam. Du mit deinem Bier, Hut und ich mit meinem Anzug. Wir machen das brudermäßig jetzt. Mit Windschatten. Komm, 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 komm. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Er will ausweichen. Ich habe dir doch gesagt, du darfst in diesem Modus nicht ausweichen. MrGamerSmiley ist im Ziel. Ah, ich weiß gar nicht. Haben wir mit MrGamerSmiley vier negatives im Kopf? Ich glaube ein, zweimal schon, aber trotzdem geht es dir jetzt gerade. Warum, 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 warum? Denn, je weniger, desto einfacher. Nicht ausweichen, einfach volle Pulle Truppe. Oh mein Gott. Ich sehe das Ziel auch schon. Jackie, rasier mich nicht. Nein. Dieser Marv, Alter. Das ist ein richtiger Marvin hier. Ein richtiger, unproduktiver Mensch. Der respawnt die ganze Zeit einfach nur. Mit seinem scheiß Rampenauto. Er versucht hier überall durch zu zerstören. Ich kann es schaffen. Ich kann es alles ganz schaffen. Los. Ja, ich habe es gerade fast geschafft. Ja, los. Nein, ganz ehrlich, wenn ich das doch schaffe. Und dann kommt wieder das besondere Kind. Das ganz besondere Kind. Ich versuche auszuweichen. Digga, ehrlich, ich nehme dich einfach mit. Du hast das. Alter, du hast meinen Reifen direkt zerstört. Guck mal, ich habe einfach keinen Reifen mehr an der Seite. Guck mal, mein Reifen liegt hinter mir. Digga, was ist hier los? Ich war jetzt aber so. Mit drei Reifen. Easy. Komm, lass mich durch, mein Ankondom. Mit drei Reifen. Ich bin hier ehrenhaft unterwegs. Ich versuche hier so ein LKW zu retten, Alter. Okay. Hat nicht funktioniert. Obwohl ich schon so viele schlechte Erlebnisse hatte, habe ich immer noch versucht. Oh, lol. Fly wie ein Möbel war das, glaube ich. Ist weggeflogen. lassen wir durch. Komm, lassen wir durch. Ganz am Ende wäre böse. Ich weiche aus. Ich weiche aus. Ich weiche aus. Ich weiche aus. Du bist direkt vor mir. Fahrs durch die Mitte. Ich fahr direkt hinter dir. Komm, wir schaffen das gemeinsam. Ein Teamparcours jetzt. Bin direkt hinter dir. Oh, die haben alle so viel Respekt vor dir. Mit dich? Ja, genau so. Los, weiter, ja. Los, los, los. Geleitschutz. Los, Zeperdadus. Warte, ein bisschen langsamer fahren. Bisschen langsamer. Warte, den Kollegen retten wir hier? Nein, nicht retten. Nur zerstören. Komm. Oh nein, das ist auch eine unfassbare Ehrenmöwe. Nein, nein, ich brauche dich. Dingo, ich brauche dich. Das ist auch das, was ich kontern konnte. Alter, ist dir auch was explodiert? Ich habe überlebt. Kick ihn weg, den Lappen, los. Ja, ich versuche es doch. Wir haben uns verkeilt, wir können beide uns nicht bewegen. Digga, du Lappen, hau ihn weg. Kann ich an irgendwer in dir vorbeifahren? Irgendwie? Los, ich gebe dir noch einen Schub. Ja, ja, mit meiner Kraft noch. Mit meiner Kraft. Ja. Guck mal, wie er versucht, mich wegzuhauen. So einen Lappen. Los, fahr, 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 oh nein. Was bin ich jetzt, Alter? Bist du mit dem Ziel, oder was? Ein Punkt noch. Jetzt bin ich hier, ist elspiderman. Digga, was ist das hier? Ich muss mit so einem komischen Safari Jeep jetzt durch, oder was? Bist du vor mir direkt? Ich glaube schon. Digga, guck mal, was ich bin. Geiler Monster Truck. Oh, 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 oh. Aber ich glaube, der kann auch nichts. Oh, oh, ja, er wollte mich weghauen. Ey, Bruder, mach Platz hier. Wie er den mitnimmt, der ist so asient. Oh, der verkackt sogar. David gegen Goliath, ey. Das war peinlich. Alle haben gesehen, wie du verkackt hast. Raketenauto, Russisch, gegen Motorrad. Motorrad gewinnt. What? Ich brauche deine Hilfe jetzt. Einsprung nur noch ins Ziel, dann haben wir es. Muchachos, salzige Kimme. Jetzt in den Twitch-Chat, komm. Salzige Kimme. Salzige Kimme. Salzige Kimme. Nein. Nein, ich dachte, ich könnte einfach so reinspringen. Das war verkackt. Wie sieht der salzige Kimme-Chat aus? Oh ja, die salzige Kimme ist da. Der ist richtig on Master. Trey, ich brauche nochmal dein Rampenauto. Du musst hier Gleitschutz. Nicht Gleitcreme, sondern Gleitschutz. Gegensgleiten oder was? Ja. Oh, da ist vor mir noch einer. Komm, wir machen das jetzt gemeinsam. Wer ist das? Auf jeden Fall ein oranger Bruder. Alter, Fullspeed, Digga, Fullspeed. Hallo Marvin. Hallo. Hallo. Ja, mach Platz für mich. Bruder. Nein, Rappenauto. Nein, ey, da, wir haben genau vor dem Punkt. Dankeschön, wir haben Platz. Ey, Junge, ich war mit der Scheiß. Mit der Scheiße vorne. Oh, da ist ein russisches Auto. mit der fucking Sanchez. Ich war genau vor dem Punkt und mir kommt wieder so ein fucking, fucking scheiß Rappenwagen entgegen, Alter. Ich sage, JK irgendwas, Alter. Ja, ey, der regt mich auch so. Richtig schlechter Mensch. Ich hoffe wirklich, dass er heute richtig blutigen Stuhlgang hat. Dass er sich in der Nacht richtig einkotet und alles vollblutet. Digga, seine Mutter soll zu deinem Zimmer kommen und seinen PC beschlagen haben. Die nächsten drei Wochen. Ich mache das jetzt so. Vor mir ist jemand, ich weiß nicht wer, aber er ist das russische Bollwerkauto. Niemand kann es aufhalten und gemeinsam kommen wir ins Ziel. Komm, Bruder, Bruder, Bruder. Du bist für mich. Komm, wir machen das gemeinsam. Ja. Ja. Fahr. Fahr, 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 fahr. Nein, nein. Nein. Jetzt gib Gas. Komm, gib doch Gas, du da. Er fährt eisgleich zurück, du unehrenhafter. Chanko. Digga, dieser JK ist sogar endlich noch mal gerespawned, um mich wieder zu holen mit seinem scheiß Rappenauto. So ein unehrenhafter Mensch. Beste Frisur ever. Alter, richtige Prinz-Eisenherz-Frisur. Neide dich. Trey ist schon vor 30 Minuten geradgequittet. Ja, da war auch böses Blut, glaube ich, so ein bisschen zwischen uns allen. Wie gesagt, das war eine salzige Angelegenheit. Aber Trey hat es verdient auf jeden Fall. Eigentlich hätten wir ihn verbieten müssen, rauszugehen. Hätte schön weiter mitmachen müssen. Nein, das wäre nicht gut gewesen. Er hat uns nämlich die ganze Zeit am Ende noch getrollt. Dann wären wir, glaube ich, nicht fertig gewesen. Hauptsache, Trey hat auch am Ende noch mit seinem scheiß Rampenauto im Kreis gefahren. Warum war er denn salty? Ich glaube, am Anfang habe ich ihn richtig auseinandergenommen. Am Anfang habe ich ihn richtig hart mit dem Panzer auseinandergenommen. Aber ganz ehrlich, Trey, so wie du getrollt wurdest, war ungefähr 20% von dem, wie Deko von der Community getrollt wurde. Alter, Junge, ich wurde so weggebrettert. Boah, das war eine kranke Map. Diese Map wird auf jeden Fall in die Geschichte der Saltiness eingehen. Deswegen, diese Map nicht... Ja, diese Map nicht verpassen. Auch noch mit Dekos Sicht auf unserem Zweitkanal. Oh, wird geil. Trey sagt auch, er hat direkt zwei Kopfschmerztabletten genommen. Er hat geschrieben, habe direkt zwei Kopfschmerztabletten genommen bei dem Gedanken, dass ich das schneiden muss. Hahahaha! 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 Bis zum nächsten Mal.